Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Dragon's Dogma Dark Arising. So, mal ein bisschen laut. Die Speicherdaten werden geprüft, bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Hatte ich nicht vor. Spiel. Ja, ja, mach mal. Ja, fortfahren. Ich habe gestern einmal kurz reingeguckt. Falls es Ihnen irgendwen interessiert. Wir nehmen den einfachen Modus. Einfach, um nicht so oft abzukacken. Eine riesige Armee geschaffen, um einen Drachen zu schlagen. An einem anderen Ort, in einem anderen Leben. Beschreibt ein anderes Menschenkind eurem Pfad. Ach, beschreitet. Entschuldigung. Wie dark ist es geworden? Hast du eine Lichtsauce? Eine Laterne vertreibt die Dunkelheit. Nein, erzhaft. Ähm... Benutzen. Verfolge den Drachen. Ich sehe noch nicht mal einen. Wir nehmen erstmal alles mit. Mhm. Greifen mit X. Okay. Okay. Uff. Es zeigt sich. Es zeigt sich. Ouais, komm. Pass auf. Dann wollen wir uns auf. wenn ihr diesen stein berühren könnt was wir im jenseits gar nicht welche beschweren ok guck guck wir brauchen oben oder magiere ich hätte jetzt eigentlich meinen gefährten mit durchteilt ja, bin unterwegs was ist jetzt los net was ist das? ich geh schon kaputt ja 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 ich Was ist das? Ich hab kein Ö-gen-Ausbauer mehr. Ja, schieß sie nie da. Was sind sie denn, Nathan? Ich hab's nicht erwischt. Ich hab's nicht erwischt. Komm, geh. Gut. Ich hab's nicht erwischt. Ich hab's nicht erwischt. Ich hab's nicht erwischt. So. So... Ich bin vergiftet. Steht! Jetzt fokuss mit Händen. Geht zurück! Jetzt, fokuss mit Händen. Wir werden zurück. Wunderville! Chirke. Oh Gott. Ich habe dich zurückgelegt. Oh Gott, Ein? Das ist jetzt nicht so gut. Doch, dass ich kein Wunderschönen getroffen habe. Yesssss Yesssss Killed this Ja, da kannst du ja noch so viel brüllen Hilfe Now choose, flee or step forth Take hold of what lies beyond Claim mastery over the eternal kingdom Okay, was liegt dahinter? Ist es da? Schein nichts Und unzählige Menschen Zeitalter vergehen Warum steht denn das jetzt in Englisch? Verstehe ich nicht Bis Ja, ich lese jetzt nicht Französisch Das künstliche und immer wieder originelle Vergnügen einer nutzlosen Beschäftigung Henry de Virginia Was ist jetzt los? Ich lese mal Ich lese mal Ich lese mal Ja Oder schützt auch wie ein Stein Natürlich nicht Okay. Die Leute verlassen ihre Häuser nachts noch selten. Hört euch tagsüber um. Okay. Oh. Ich bin für weiblich. Name? Gibt's auch Hunter? Wahrscheinlich wieder nicht. War klar. Heide. Oh, Heide. Wir können uns ein Mega-Man nennen. Gibt es sowas wie Jill oder so? Ich mein... Ist ja vom Kick kommender Spiel. Jeff? Jeff gibt's ja Burtus. Wir nennen einfach Jill. Was? Ich will aber noch ein bisschen was ändern hier. Ups. Ja. Das sieht doch ganz nett aus. So. Das sieht auch ganz nett aus, aber... Ich würde Kämplon nennen. So. Stetigen. Augenbrauen. Also. Da soll mal einer was erkennen. Und wir nehmen die dünnen. Na so. Wir sind ein bisschen... Zu dick, glaube ich. Aber kann man das auch? Nein, da kann man nur noch... Ach, da kann man nur noch... Ach. Was mach ich denn hier? So. Größer. Nicht ganz so klein. Mond. Oh Gott. Ne, ich glaub, der nehm ich doch lieber... Äh, erst. So. Okay, das ist alles so... Ganz cool. Wie komm ich denn da rüber? Ah, okay. Statur. Körpergröße. Ich würde sagen so 1... Ja, 1,71. Gewicht. Etwas schlanker. Hautfarbe. Passt. Körperbau. Skalatur. Nein. Oberweite. Ey, die ist doch flach wie ne... Bisschen mehr geht auch schon. So. Torso. Ich finde, das passt so an. Und meine Haltung. Was ist denn Haltung? Oh Gott. Die ist doch ganz normal, ne? Okay. Okay. Das wäre schon wieder lustig. Oh Gott. Okay. Nicht wirklich viel erkennen. Ich habe ja schon genommen, aber... Ich habe jetzt nicht wirklich viel erkannt. Ich finde ich aber das cooler. Narben. Haben wir Narben? Ja, wir haben aber Augennarbe. So. Wir sind fertig. Ja, mit diesem Charakterspiel. So schnell kann ich eh nicht lesen. Dauert eh wieder... ...5 Minuten die Ladezeit. Inhaltwerke speichern, bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Hatte ich nicht vor. Okay. Können wir mit dem Boot fahren? Ich möchte mit dem Boot fahren. Können wir mit dem Boot fahren? Bestimmst du nicht? Heere ye, hear ye. The Prophet have spoken friends. The Dragon's return is nine. Join the honorable dukes ranks and help us be rid of the fel beast. The day comes to lay down rod and reel and take up the sword. Ich kann anscheinend nicht sprechen. Oh, der ist tatsächlich da. Oh, der scheint nicht sehr gut drauf zu sein, der Drache. Wie schade, ich hätte mir einer streichelt. Wie schade, ich hätte das Haustier. Ja, toll, selbst die Wachen rennen mich. Super. Ich stelle mich dem Vieh jetzt entgegen, oder wie? Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Selbst die Wachen weg, dann gehe ich da als Bauer ein und mache das nicht fertig, oder wie? Genau, der drei Phasen. Ich glaube auch nicht, dass ich das tun muss. Also schon, aber, ja. War klar. Jüps. Ich glaube, das war's da für uns. 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 Hm, nett. Ähm, könntest du das da wieder reinstecken? Ich, äh, brauch das noch. Ich, ähm, brauch das noch nicht. Ähm, nicht essen, das ist sowieso viel zu wenig für dich. Äh, hallo? Ähm. Das hat von uns er jetzt gegessen. Unmöglich. ...Dragons Dogma. Ja, und was ist das jetzt mit uns? Wieso liegen wir jetzt eigentlich da? Wir lagen gerade noch im Wasser. Ich vermisse die Hingles. Wie kann ich denn jetzt ohne Herz weiterleben? Bin ich jetzt mit dem Drahten verbunden? Hm? Wer will mich? Ich vermisse mich. Ich vermisse mich. Ich vermisse mich. Ich vermisse mich. Also ich will eigentlich schon Magier werden. Es ist Zeit, eure Reise als Erweckter zu beginnen. Aber bevor ihr euch, bevor ihr euer Herz vom Drahten zurück erhalten könnt, müsst ihr euch vorbereiten. Eure Laufbahn bestimmt eure Standardattribute, eure getragene Ausrüstung, eure Fähigkeiten. Bogen Schütze ist auch cool. Ich kann ja ein magischer Bogengeschütze werden. Geht das? Ich weiß. Ich weiß es echt gerade nicht. Schwank echt zwischen Streicher und Magier. Am Magier würde am Anfang bestimmt ein bisschen schwierig sein. Wir nehmen den Streicher. Ihr könnt euch mit einer Primär- und Sekundärwaffe ausrichten. Wie Schwerter oder Löcher sind unverzichtbar. Sekundärwaffen wie Bögen oder Schilde können sich als hilfreich erweisen. Mhm. Was nun? Ich hab ja auch keins mehr. Wenn du mich festst, würdest du mich? Bist du das sicher? Ja. Böge Magier. Das Arbeit von irgendwelchen Kursen. Der ganze Welt ist schon unkartig für Angst, diesen Drage. Es wird nichts mit diesem Wolle kommen. Ich muss hier und an den anderen sehen. Wolle mich an das andere, Kina. Sag mir, was hier hier verändert. Ja, ich bin wach, hat sich schon was geändert. Da könnt ihr eure Attribute an der Karte und Auftragsinformationen ansehen. Moment, nix. Das ist auch alles schön und gut. Warum? Ja, dann mach das. Kasardis. Kasardis? Kasardis. Kasardis. Ich weiß gar nicht, wo ich hier muss. Werbt Ausrüstungsgegenstände und sich den in Läden und dabei fuhrenden Händlern, die ihr Das würde ich tun, aber ich denke nicht, dass ich schon Geld habe. Was ist das? Ja, oder was ist das? Hmm? that man you are speaking with, he's of the pawn legion. Okay. They come from some unknown place, just appear without a warning. They're a strange lot. Ok. Ja. Ja. Ich würde sagen, dass ein fairer number von seinem Kind auch da sein wird. Warum nicht ihn nicht? Vielleicht ist es, dass du von dem, warum er zu dir gekommen ist. Before leaving, visit die Verkaufnahme, um sicherzustellen, dass du genutzt hast. Kann ich mit dem sprechen? Ja, und wo ist jetzt hier so ein Mensch? Ja. Dort ist etwas. Ja, ich will doch gucken, ob hier irgendwo ein Scheune ist. Ist das nirgends von Händler oder sowas? Ja. 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 ja toll da war nichts drin in solchen kisten ich hatte doch eine leere flasche hier scheint es kein händler zu geben hier ist allerdings ein händler oder muss ich kann ich einfach hier ist auch kein mensch ja wenn jemand drinnen wäre wäre das vielleicht der fokaler wäre das vielleicht der fall aber hier ist niemand sieh dir eine flasche haben wir auch zusammen Wir verlassen jetzt einfach die Stadt. Ich finde hier keinen Händler. Zu dämlich dafür, glaube ich. Hier nun verlassene Gebäude sind häufig Zufluchtsorte für Bandiden. Das stimmt. Fortschritt während des Spiels werden automatisch gespeichert. Ihr könnt auch jederzeit manuell speichern, indem ihr drückt. Was ist das? So meine Freunde, wir haben jetzt aber hier eine Pause, einen Cut und machen das jetzt mal weiter. Bis dann, euer Hunter. Ciao, ciao.